Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde des gepflegten Kufenschworts, zunächst einmal auch Ihnen alles Gute noch zum Fest, frohe Weihnachten im Namen des Vereins, im Namen des Vorstandes. Wir hoffen, Sie konnten diese Tage genießen und die haben ja auch einen schönen Abschluss hier in der Eichsportal am Westbahnhof gefunden. Wir heißen Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Heimspiel in unserer Moskitos gegen die Gäste des heutigen Abends, gegen die Bären vom ERC Neuwied. Ich begrüße herzlich Arno Lörsch, den Trainer der Bären und Frank Genkes, den Trainer der Moskitos. Arno, dem Gast stets das erste Wort. Wir sind gespannt auf deine Analyse. Erstmal schönen guten Abend, ebenso als aus Neuwied ein frohes Fest. Ja, ich bin mit der Leistung der Mannschaft natürlich in keinster Weise einverstanden, ganz im Gegenteil, ich bin sogar teilweise maßlos enttäuscht, was wir dort abgeliefert haben, war nicht. Dem würde ich, was wir eigentlich spielen können. Genauer gesagt, die letzten zehn Minuten waren eigentlich auch schlaggebend, aber nichtsdestotrotz. Wir kamen ganz gut ins Spiel rein. Nach dem 1-1 war ich eigentlich ganz optimistisch, dass es einen ordentlichen Verlauf nimmt. War in Ordnung, was wir gespielt haben. Im zweiten Drittel passiert natürlich das, was passieren muss. Du bist bei einem 2-1 für Essen sehr nah dran, das 2-2 zu machen. Und wieder mal individuelle Fehler bescheren uns dann den Gegentreffer zum 3-1, kurz danach das 4-1. Ja, und da hat der ein oder andere wohl schon sowohl das Gehirn als auch sonst alles andere in der Kabine gelassen. Keine Emotionen mehr. Da werden wir intern sicherlich drüber reden. Und das letzte Drittel war aus meinen Augen eigentlich fast zum Vergessen. So können wir und dürfen uns auswärts nicht präsentieren, wenn wir den Anspruch haben wollen, dort oben unter den ersten vier zu stehen. Andererseits muss man vielleicht nicht zu sehr mit der Kritik nach vorne gehen, weil die Mannschaft ist, wie gesagt, noch sehr unerfahren in dieser Liga. Aber einen Lernprozess muss ich schon irgendwo erwarten und das war heute Abend leider Gottes nicht der Fall. Glückwunsch an Essen. Eine sehr ausgereifte Mannschaftsleistung, sehr diszipliniert das Spiel gespielt und aus meinen Augen absolut verdient gewonnen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Arno. Frank, bitte. Ja, ich sage auch schönen guten Abend. Schönen Dank für die Gratulation. Ich sehe es auch so, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Wir waren, ich denke, wir haben die elementaren Sachen richtig gemacht. Wir haben uns heute auf Wesentliche konzentriert. Das war das. Wir wussten auch, dass Neuwied nicht die Mannschaft ist, außer dass sie zu Hause sind. Und ja, wir haben die entscheidenden Sachen richtig gemacht. Es gab auch Situationen im Spiel, gerade bei Mainz 1, hätten sie das Spiel auch drehen können. Aber bei Neuwied war heute so, die haben auch dann so vom Tor gespielt, wie uns das auch oft geht, dass wir die Chancen nicht reinmachen. Wenn dann ein Tor fällt, sieht es anders aus. Das war nicht der Fall heute. Aber da lief auch alles für uns. Disziplin, denke ich, war ausschlaggebend für uns, dass wir aufgrund der disziplinierten Leistung heute gewonnen haben. Ja, die letzten sieben Spiele haben wir sechs gewonnen und in Duisburg gepunktet. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr guter Lauf für uns. Nichtsdestotrotz haben wir auch wenig Leute. Wir haben genau drei Blöcke heute nur gehabt. Und wir laufen auch mittlerweile auf dem Zahnfleisch da. Wir müssen auch ein bisschen regenerieren. Der eine oder andere hätte sich auch mal ein bisschen mehr Zeit über Weihnachten gewünscht. Es ist immer schön, wenn man so ein Spiel macht heute. Wir müssen auch über die Weihnachtstage trainieren. Es ist halt unser Los, was wir haben. Aber das haben wir sehr gut gemacht. Wenn du dann nachher über Weihnachtstage trainierst und mit leeren Händen da stehst, dann sieht es ganz bitter aus. Aber wir haben die drei Punkte. Und deswegen hat sich der ganze Aufwand über Weihnachten noch gelohnt. Der eine oder andere Spieler war nicht so angetan, dass wir da trainiert haben. Aber für mich war wichtig, dass wir die drei Punkte holen. Da waren wir Weihnachten, Außerheiligabend, auch ein bisschen egal. Ist halt so, leider. Aber es hat sich gelohnt. Wir sind jetzt ganz oben dabei. Wenn wir die Punkte noch rechnen, die nicht da sind, die hätten da sein müssen. Dann wären wir jetzt klar auf Platz zwei. Und ich denke, für uns ist es eine sehr, sehr gute Situation zurzeit. Wir müssen aber auch schauen, das ist mit dem Vorstand und mit Michael auch besprochen, dass wir den einen oder anderen neuen Spieler noch nachlegen müssen, weil wir uns vom einen oder anderen auch getrennt haben vor längerer Zeit. Und wir haben dann keine neuen geholt. Das heißt, ein klein bisschen vielleicht angespart. Und für den Tag X, der jetzt bald kommen wird zur Transferzeit und mit 15, 16 Spielern in den Ausschussrunde gehen, das ist dann auch nicht so gut für uns. Also in der einen oder anderen brauchen wir, wir sind dran. Aber es ist auch schwer, da entsprechende Spieler zur Zeit zu bekommen, weil keiner möchte irgendwelche Spieler abgeben. Und das ist immer alles mit Geld verbunden. Und das ist das, was den meisten überall auch in Deutschland fehlt. Das einzige Manko, was ich heute noch sagen möchte, es ist ungern, es hat nichts damit zu tun, ob Frauen gefühlt haben oder nicht heute. Es ist auch so eine Geschichte, es ist immer schön, wenn man sagt, den drei Frauen pfeifen, aber der Schiedsrichter hat eine gewisse Aufgabe auf dem Eis. Und die müssen auch Spieler schützen. Und wenn da Schlägereien sind, muss ich dazwischen gehen können. Das ist so. Das hat nichts mit Frauen zu tun. Entweder ich kann dazwischen gehen, das ist die Aufgabe, oder ich kann es nicht. Und sonst muss ich es sein lassen, weil wir müssen unsere Spieler aufschützen. Es kann nicht sein, dass der da anderthalb Minuten auf dem Boden liegt, der andere liegt auf dem und die können ihn leider nicht runterziehen. Das hört sich lustig an, aber wenn da mal richtig was passiert, dann fragt man sich danach, wie kann sowas passieren. Also ich habe viele Frauen gesehen in unserer Liga, die haben auch wirklich gut gefiffen, aber die drei zusammen heute, das ist mir dem Spiel nicht entsprechend geglückt heute. Das muss man ehrlich sagen. Also, ja. Das ist einfach so. Und das muss man auch realistisch beurteilen. Und das hat nichts mit Quote zu tun, Frauenquote hin oder her. Die müssen so beurteilt werden, wie das dem Spiel entspricht. Und das hat dem Spiel heute nicht entsprochen. Und wir müssen unsere Spieler schützen. Unsere und auch die von Neuwied, wenn das passiert. Sowas geht es nicht. Also, schönen Dank. Alles Gute. Guten Rutsch ins neue Jahr. Bis demnächst. Danke. Ja, dem möchte ich dann auch nichts hinzufügen. Danke für Ihren Besuch am zweiten Weihnachtstag. Wir wünschen unseren Gästen einen guten Heimweg. Arno, es soll Schnee kommen. Spätestens morgen kommt vor allem. Allerdings sicher nach Hause. Das ist das Allerwichtigste. Habt noch viel Erfolg in den nächsten Spielen. Wir sehen uns ja dann mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit in der Verzahnungsrunde mit dem Osten hier dann nochmal wieder. Bis dahin alles Gute. Frank, dir und deinem Team ebenfalls auch eine gute Regeneration. Bis zum nächsten Heimspiel sehen wir uns erst wieder am 11. Januar hier. Einen guten Rutsch. Alles Gute. Danke für die Unterstützung in diesem Jahr. So hält die Moskito-Familie zusammen. Und Ihnen jetzt einen guten Heimweg. Tschüss. Okay, danke. 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 Vielen Dank.